Wie kannst du eine Prozentangabe auf PPM umrechnen? Nun, das zeige ich dir hier mit diesen beiden Beispielen, also 23% und 512%. So, was bedeutet Prozent, was bedeutet PPM? Nun, 1% das ist ein Hundertstel und 1 PPM, also ein Part per Million, das ist ein Millionstel. Und genau dieses Wissen setzen wir jetzt auch für die Umrechnung ein. Also 23%, 1% war ein Hundertstel, 23% sind dann 23 Hundertstel. Hätten wir das Ganze schon einmal in einen Bruch umgerechnet, jetzt wollen wir allerdings nicht 100 im Nenner haben, sondern eine Million. Bedeutet, wir schauen jetzt hier mal auf die Nullen. Also hier sind zwei Nullen und bei einer Million haben wir sechs Nullen. Genau, da müssen wir jetzt auch hin, also Bruchstrich. Und jetzt wollen wir nicht 100 im Nenner haben, sondern eine Million. Bedeutet, hier fehlen noch vier Nullen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt haben wir hier auch eine Million. Selbe Spiel jetzt im Zähler, wir hatten also 23. Wir haben vier Nullen im Nenner ergänzt, genau das machen wir jetzt auch im Zähler. Also eins, zwei, drei, vier Nullen noch dazu. Das sind also 230.000. Und hier können wir jetzt direkt das PPM ablesen, denn das sind jetzt 230.000. Und anstatt eine Million im Nenner schreiben wir PPM hier hinten dran. Also 230.000 PPM. Selbe Spiel jetzt für das zweite Beispiel. 512% sind also 512 Hundertstel. Auch hier, wir möchten auf eine Million im Nenner kommen. Also 100 hatten wir. Mal 10, mal 100, mal 1000, mal 10.000. Sind wir also auch auf einer Million. Und im Zähler auch mit 10.000 multiplizieren. Also vier Nullen hinten dran. Eins, zwei, drei, vier. Und hier sind wir jetzt auf 5.120.000. Und auch das ist jetzt wieder unsere PPM-Angabe. Also 5.120.000 PPM. Mehr zu PPM und Umrechnung findest du auch hier in der Endcard bzw. auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.